Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Musikpädagogik im Dritten Reich. Wir können hier unmöglich alle Fäden in die Hand nehmen, die man zusammenfügen müsste, um ein wirklich umfassendes Bild der Gesellschaft um 1933 zeichnen zu können. In diesem Video wird lediglich ein Streiflicht auf die Zusammenhänge von allgemeinen Erziehungsideen und Musik unterm Hakenkreuz geworfen. Und es soll kurz dargestellt werden, inwiefern der Musikunterricht in der Ideologie der Nazis eine Rolle spielte. Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass es an vielen Stellen zu einer Übernahme bzw. Aufnahme von Idealen und Ideen der Jugendbewegung und Jugendmusikbewegung durch die Nationalsozialisten kam. Im Detail kann man vielleicht Abgrenzungen ziehen und Unterschiede aufdecken, aber grundsätzlich konnten die Vertreter einer nationalsozialistischen Bildung eben an viele grundsätzliche Gedanken der Jugendbewegung anknüpfen, wie das Wilfried Krohn in der Geschichte der Musikerziehung feststellt. Wandervogel und Jugendbünde, die Jugendmusikbewegung und eine musisch orientierte Musikpädagogik hatten, wenn auch unbeabsichtigt, mit ihrem Ideal einer Gemeinschaftserziehung und Charakterformung den Boden für die nationalsozialistische Erziehungsideologie bereitet. Die Jugendarbeit der Partei fand im Liedgut der Singbewegung somit bereits ein reiches Erbe vor. Sie brauchte deren Strukturen, die Spielkreise, Jugend- und Volksmusikschulen sowie den Gedanken einer ganzheitlich-musischen Erziehung nur aufzugreifen. Und weil musische Erziehung Erziehung durch Musik meinte, die so nachhaltig auf die Affekte wirkt, wurde sie zu einem der wichtigsten Mittel der ideologischen Volkserziehung. Die bis dahin teils verborgenen, teils schon offenliegenden Ideen einer völkischen und deutschnationalen Überlegenheit wurden ab 1933 in den Vordergrund gerückt. Die Erziehung der jungen Menschen zu gesunden und kampfstarken Gemeinschaftswesen sollte durch das gemeinsame Singen von Volks- und zunehmend auch Soldaten und Kampfliedern wesentlich mitgeprägt werden. Das Lagerleben, die Naturverbundenheit, das gemeinsame Musizieren bei körperlicher Ertüchtigung – all diese Aspekte, die aus der Jugendbewegung heraus entstanden waren, ließen sich unter anderem Namen nun wie selbstverständlich in die totale Erziehung des nationalsozialistischen Staates, hier vor allem in den verschiedenen Jugendorganisationen wie HJ und BDM eingliedern. Wie sich dieses Denken auch in den Liederbüchern der Zeit niedergeschlagen hat, das schauen wir uns einmal anhand der singenden Mannschaft aus dem Jahr 1940 an. Die gegenwärtige, mächtige Lebenswelle deutscher Erneuerung hat auch das Singen erneuert. Dass sie es tat, ist geradezu ein Kennzeichen für ihre Deutschheit und Echtheit. Ein herzhaftes, junges Liedgut ist entstanden und entsteht immer noch. Es gibt unserer geschichtlichen Stunde den Klang. Mit ihm wächst junge Mannschaft in die Größe und die Aufgaben dieser Stunde hinein. Mit ihm wird kämpfende Mannschaft aller Orden zur singenden Mannschaft. Ein Weg des Wachstums ist damit beschritten. Im Brennpunkte einer stürmenden Zeit stehen Kampf, Marsch und Feuerlieder. Schon aber greift das Singen weiter hinaus in die umliegenden Lebenskreise der Werkfreude, der besinnlichen Stille und der schwingenden Heiterkeit. Auf der anderen Seite blieben natürlich auch das System Schule und die Lehrerbildung nicht unberührt von den neuen politischen Entwicklungen. Gerade was die direkte Einflussnahme der Nationalsozialisten auf den Unterricht durch neue Lehrpläne anging, so vergingen allerdings einige Jahre bis zwischen 1937 bis 1942 Lehrpläne und Stundentafeln für alle Schularten fertig waren. Zuerst aber wurde das Erziehungssystem über eine Neuorganisation der Lehrerbildung selbst beeinflusst. So wurden die wissenschaftlichen und akademischen Inhalte mehr und mehr gegenüber Studiengebieten wie Rassenkunde, Volkskunde und Charakter- und Jugendkunde zurückgedrängt und später die akademische Ausbildung sogar vollkommen zugunsten einer seminaristischen Ausbildung an Lehrerbildungsstätten abgeschafft. Dadurch mussten angehende Lehrer an Volksschulen selbst gar kein Abitur mehr vorweisen, was es wiederum einfacher machte, sie im Rahmen ihrer Ausbildung gründlich in parteipolitischer Ideologie zu unterweisen. Lediglich die Ausbildung von Gymnasiallehrkräften blieb im Wesentlichen nach den Vorstellungen Kästenbergs erhalten. Aber diese Musikstudienräte wurden eben nur noch in geringer Zahl benötigt. Die Ideen Kästenbergs von einem umfassenden Musikunterricht, in dem das praktische Musizieren neben der gedanklichen Beschäftigung mit Kunstwerken Platz finden sollte, wurden jetzt mehr und mehr abgelehnt. Es gilt, die Kunstverwirrung in Inhalt und Form des letzten Jahrzehnts, in deren Auswirkungen wir heute noch stehen, durch das Heranziehen körperlich und geistig gesunder und schöpferischer Menschen zu beseitigen. Die Musik des Gehirns wird keinen Einfluss mehr auf die Jugend haben können. Aus wahrhaft tief empfindender Seele und Gemüt entspringende Kunst wird es sein, die auch unserem Schaffen heute ein neues Gesicht gibt. Spätestens nach 1938 wurde allerdings immer deutlicher, dass sich die Bildungsvorstellungen der Nationalsozialisten nur vor dem Hintergrund des Krieges entwickelten. So wurde das Gymnasium um ein Jahr auf acht Jahre gekürzt, damit ein doppelter Jahrgang Offiziersanwärter zur Verfügung stand. Die Stundentafeln wurden im Verlauf des Krieges wegen Lehrermangels überhaupt vielerorts gekürzt. Zunehmend ging es darum, möglichst viele Schüler zum Dienst an der Front vorzubereiten. Endlich fand am 8. Mai 1945 der Schrecken des Dritten Reichs und des Weltkriegs sein Ende. Und im nächsten Video werden wir sehen, wer, wie und wann die Musikpädagogik einen Neuanfang wagen sollte.